Jo Leute, was geht ab? Ich bin Sam wieder auf meinem Kanal. Heute mache ich einen neuen Widerstandaufträge Woche 6, 1. Phase und zwar etabliere eine Gerätverbindung in der Nähe von Command Carver, The Fortress oder Loot Lake. Einmal 23.000 XP, dann würde ich sagen, sehen Sie uns gleich, wenn ich in eine Runde bin. Bis gleich Leute. Ja Leute, ich bin hier auf jeden Fall ein The Fortress auf der Karte, ganz genau hier. Und ja Leute, hier ist direkt die Gerätverbindung neben diesem Ast. Flo zeigt einmal rüberlaufen. Zweite Phase und zwar markiere Zähne mit dem Laser, damit die Schleifengänger ihr Feuer mit so großen Truppen müssen wir unsere Taktik anpassen, um effizient zu bleiben. Helft den Rekorden durch Laser markieren, ihr Feuer zu konzentrieren können. Drei Stück, 23.000 XP, hier sind wir alle drei Orte markiert und kommen direkt zu dem ersten Ort. So, zack Leute, erster Ort auf der Karte, ganz genau hier unter The Fortress, ganz genau hier, wo die Wohnwagen sind. So, zack, einmal markieren, dann seht ihr hier direkt das Laser, 1, 2, 3, kommen direkt zu dem zweiten Ort. Ja Leute, zweiter Ort auf der Karte, ganz genau über Command Carver, ganz genau hier, auf den kleinen Berg hier. So, zack, einmal markieren, kommen direkt zu dem dritten und letzten Ort. Ja, der dritte und letzte Ort auf der Karte, ganz genau hier, auf den kleinen Berg. Hier ist direkt, so, zack, einmal markieren, Auftrag abgefasst und ich hoffe, das Video hat euch schon gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert gerne meinen Kanal, lasst die Glocke aktiv, damit ihr keine Videos mal verpasst. Und ich würde sagen, es war schon mit dem Video und ciao, haut rein, bis nächstes Mal Leute, tschüss, tschüss.